In diesem Video geht es um die besten Wildkameras. Der Qualitätssieger in unserem Wildkamera-Test geht an die Coolife Wildkamera. Die Wildkamera H953 unterstützt hochauflösende 1520 Pixel Videoaufzeichnungen, mit denen Sie die realistischste Welt der Wildtiere dokumentieren können. Die Nachtsicht Wildkamera unterstützt Serienaufnahmen von 10 Fotos. Im Fotomodus können auch alle Bewegungen von Tieren oder Menschen aufgezeichnet werden, ohne dass Details fehlen. Die Wildkamera kann entfernte Tiere auch in der dunklen Nacht schnell aufnehmen und klare Fotos oder Videos aufnehmen. Die Coolife Jagdkamera unterstützt maximal 512 GB Speicherkarten. Eine kostenlose 32 GB Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten. Wenn der Speicher der Jagdkamera voll ist, kann die H953 Jagdkamera die zuvor aufgenommenen Fotos oder Videos automatisch überschreiben. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Coolife Wildkamera. Maximaler Erfassungsbereich 125 Grad. IR Blitzreichweite 20 Meter Seiteninduktionswinkel. Jede Erkennung von ca. 60 Grad und einer beeindruckenden Verschlusszeit von 0,2 Sekunden stellt sicher, dass jede erkannte Bewegung in Echtzeit dokumentiert wird. Die Wildkamera befindet sich in einem Energiesparmodus, wenn kein tierischer oder menschlicher Körper erkannt wird. Dies kann eine lange Zeit in Alarmbereitschaft sein. Sobald sich das Tier im Erfassungsbereich befindet, beginnt seine Kamerafunktion sofort mit der Aufnahme von Bildern oder Videos. Die Coolife Jagdkamera ist eine digitale Überwachungskamera mit 21 Megapixeln und 2,4 Zoll. Die Kamera verwendet wärmeempfindliche Technologie und die Erkennung von Personen erfolgt über Infrarotbeleuchtung. Kamerafalle für die Jagd, Tier, Pflanzen oder Ereignisbeobachtung. Automatischer Peer-Aufnahmemodus Wenn Sie Peer-Sensoren passiv-infrarot aktivieren, erkennt die Kamera die plötzliche Änderung der Umgebungstemperatur, die durch die Bewegung des Spiels in einer Region von Interesse verursacht wird, und löst die Aufnahme von Fotos-Videos aus. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Wildkamera-Test ist die InisLink Wildkamera. Der Wildkamera-Bewegungsmelder zeichnet kristallklare 12 Megapixel-Bilder und 1080 Pixel-HD-Videos, tagsüber werden klare und scharfe Farbbilder und während der Nacht hoch aufgelöste Schwarz-Weiß-Bilder aufgenommen. Sie können die lebendigere Welt der Wildtiere leichter sehen. Diese Wildtierkamera hat 38 Stück 940 Nanometer unsichtbare IR-LED, um sicherzustellen, dass es in der Dunkelheit ohne Licht funktioniert. Diese robuste Wildkamera, IP54 wasserdicht, resistent gegen Regen, Staub und Nebel, so dass die Jagdkamera bei jedem Wetter eingesetzt werden kann. Mit 32 GB SD-Karte, die Einrichtung ist schnell und einfach. Legen Sie einfach Batterien und eine SD-Karte ein. Befestigen Sie die Kamera bequem an einem Baum mit beiliegendem Baumriemen. Camouflage-Design ist perfekt zur Outdoor-Überwachungskamera. Die Tragbar-Infrarot-Nachtsicht-Wildkamera ist ideal für die Jagd, Wildtierüberwachung, Bauernhofeinbrecher, Haussicherheit, etc. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. HALF 4-B citrikashankörnedefinite. Am 3-B c кernvin ohmsense Grauch Parteifahrtabel hessüsinnante recommendation. Am 13-IT vital kim man to bout Mal programmale